Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Schöberhaus, wieder zu einem Konzert in Kooperationen des Deskri-Modernes. Eine Zusammenarbeit, die jetzt 27 Jahre lang andauert, begonnen hat wir 1989 mit einem Koalitionsauftrag, den wir an Roman Haufenstocker Martin gegeben haben. Und seitdem haben wir jedes Jahr österreichische Mitglieder der Kommunistin oder der Kommunistin Aufträge vergeben, im Rahmen des Festivates der Urführung vergeben. Das Besondere dabei ist, dass diese Stücke speziell für diesen Raum komponiert werden. Der Raum, Sie kennen ihn wahrscheinlich schon selber, ich will sagen, seit längerer Zeit, ist natürlich kein Konzertsaal, sondern ein Bürogebäude. Und hat durch seine spezielle Architektur mit den umlaufenden Galerien, dieser wunderschönen Treppe und dieser speziellen Akustik ganz andere Möglichkeiten, weil es in einer Hochkastenbühne aus der Wachtzeuge beginnt. Und so haben wir innerhalb von 25 Jahren eine Hochkulistin, eine Hochkulisten, spannende Lösungen gefunden, wie dieser Raum zu klingen gemacht werden kann. Und heute haben wir eine Urführung einer jungen Hochkulistin aus Südtirol, Manuela Guerra. Darf ich Ihnen, dass du dich kurz erhebst, wenn ich mich auch siehe. Sie sich sehr genau in diesem Raum geschleftet hat, viele Stunden drinnen verbracht hat und sozusagen kartografiert hat mit ihrem Gehör, mit ihren Augen. Und ein Stück komponiert hat, das eigentlich keine richtige Bekannte ist. Es ist irgendwas zwischen Musiktheater, Performance, Installation, Konzernstück. Es dauert 62 Minuten und hat sehr viele Momente der Spiele. Deswegen würde ich Sie bitten, diese Spiele auch zu akzeptieren. Spiele oder Raumklinge, die nur ganz leise Klinge von fern von fern auf Sie zukommen. Sie sind natürlich selbst alleine, aber genießen Sie diese Möglichkeit, auch mal Stiele zu haben, die dann nicht zu haschen oder zu husten, sondern sich einfach darum zu geben. Sie werden es wissen. Ich danke Ihnen schon. Und eine wichtige Sache noch, ganz wichtig, wir warten noch, damit das Stilgebiet nicht gesperrt wird. Ich würde Sie herzlich bitten, Ihre Telefonapparate abzudrehen. Also nicht einfach nur Laufbahn zu machen, sondern richtig schalten oder den Flight-Modus zu aktivieren, damit wir keine Störsignal haben. Es gibt auch eine Tonaufnahme, die Videoaufnahme. Und diese Störsignal sind auch immer ein bisschen höher, aber ich kann auch da aufhören. Ich danke für Ihre Schönenabgaben. Vielen Dank. 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 , 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 ,, , , , ,, , , , ,, ,, ,, ,, , , ,, , ,, ,, ,, ,, ,, , ,, , Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Amen. 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 Amen.